Naja, wir werden es bald wissen oder auch nicht und... Ja... Ähm... Ja... Gut, ich glaube, wir werden es wissen. Vielleicht mögen sie es ja einfach. Bei der Armee muss da drin echt irgendwas abartig Gefährliches lauern. Also gehen wir runter. Ja, natürlich gehen wir runter. Das ist ja logisch, wir sind ein bisschen zu zweit und da werden wir dieses abartig Gefährliche Teil schon kaputt machen. Dritter Akt, Kapitel 1, wo ein Scharf schütze. Hm. Ähm... Sieht gar nicht so furchterregend aus. Na, ey. Sieht alles sehr nett aus. Ja, ja, schon gut. Ich wollte ja auch gar nicht vorschlagen, dass wir uns hier ein Häuschen kaufen. So viele zerstückelte Biker. Außerdem schmälert die einstürzende Decke den Wiederverkaufswert. Und das Erscheinungsbild ist auch das letzte. Ja, ihr müsst dringend mal renoviert werden. No. Mann, ich glaub nicht, dass ich jemals so glücklich war, einen so schlechten Witz zu hören. Äh, okay. Ja, ja. Wow. Ja, ja. Hm. Die müssen aber auch immer alles, ups, das war das falsche, das falsche Ding. Die müssen aber auch immer alles erkunden wollen, die kleinen Typen da. Toll. Jetzt müssen wir wieder, ja, natürlich. Jetzt müssen wir wieder innerhalb von, äh, ein paar Sekunden hier rauskrabbeln. Oder rausrutschen. Weil sie einfach nicht mal hier, äh, die Finger von lassen können. Und. Okay. Ich brauche irgendwelche Schoner für meinen Arsch. Der alte Junge ist für solche Misshandlungen nicht gemacht. Es interessiert mich nicht, welches Ausmaß an Misshandlungen der Arsch gemacht ist. Beweg dich. Bewegung. Irgendwas piepst. Alle Final Echo sind in der Nähe. Befehlfabende braucht Unterstützung. Feinde haben Lager umgestellt. Äußerste Vorsicht geboten. Der Damm wimmelt von Einheimischen. Alle anderen Final Echos zur Anführerposition. Das Signal der Kleinen kommt von diesem Damm. Okay. Sie sind bestimmt schon in Rettungsschiffen Serrano unterwegs. Wenn wir in Regen an Bord und Kroll brauchen wir sie, um uns zu ihm zu führen. Wir brauchen sie lebendig. Gut, dann kommen wir also doch wieder zu dem, zu dem Mädel da. So. Bisschen Pumpgun. Ach Gott, ich hab ja eigentlich alles noch ziemlich... So. Ja. Der Damm ist auch schon leicht kaputt. Naja. Sind wir ja gewöhnt. Die Schmerzen sind gewaltig. Die AI-Logik. Versucht beständig die Kontrolle zu übernehmen. Lass es nicht zu. Das hast du verhindern. Dreiß dich einfach zusammen. Möchte ich. Sei stark. Sei ein Mann. Ischi. Ischi klingt irgendwie wie in so einer Hautpflege. Nette Aussicht. Benutzen sie Ischi. Sie werden strahlen. Einfach nur zwei harte, militärisch gestellte Typen, die in einem Aufzug rumhängen und sich ihr Leid auf totale Heteroart von der Seele kuscheln. Das war ja ein nervöses Kichern. Entweder hat deine menschliche Seite den Witz kapiert oder deine Computerseite mag, wie ich in dieser Hose aussehe. Vielleicht auch ein bisschen von beidem. Ich kann dir keinen Vorwurf machen. Ich bin einfach ein gutaussehender Mann. Ja. So. Wow. Creeps Turf. Caution Low. Overhead. Clearance. Ähm. Heilige Scheiße. Die Gänge ist anders. Ihre Zellstruktur ist wirklich seltsam. Großer Gott. Sie hatten die anderen Typen verstämmelt. Nicht schlecht. Also. Puh. Ja. Ähm. Wie soll man sagen? Makaber, makaber. Naja. Wenn es Spaß macht. Wow. Ha. Habt ihr gesehen? Keine Schuste. Oh. Jetzt schon wieder so ein Penner. Wow. So. Golperdraht. Okay. So. Komm her. Stirb. Ja. Gut. So läuft das. Zack. Waffe oder Munition eingesammelt. Nochmal. Und irgendwo war noch einer, oder? Da ist noch einer. Okay. Ihr kranken Schweine, ey. Schlachten die ihre Kollegen oder Gang-Rivalen da einfach so gnadenlos ab? Das war nicht geplant. Stirb. So. Ach komm. Explosionen sind noch viel witziger. Wow. Wow. Mann. Du. Ja. Wie sehen die aus, Mann? Mann. Fuck. Ah. Verdammt. Fiss dich. Verdammt. Boah. Sind die aggressiv? Die. Die. Äh. Keine Ahnung, wie ich die nennen soll. Die Mongos. Hä? Ballern ist langweilig. Ich will mit der Peitsche graben. Komm her. Ah. Schasse ist. So. Da ist so ein Penner. Stirb. Ah. Fuck. So. Den hätten wir. Und. Wow. In Deckung. Geh hoch jetzt. Also. Die schreien da genauso rum wie die anderen, ey. Hier. Flieg. Flieg, hab ich gesagt. Tschüss. Hat der sich gerade geduckt? Denkst du, ich seh dich nicht? Tschüss. Wow. Der schöne Ausblick. Auf das Meer. Und die Stadt. Pervers. So. Genug Aussicht, Genossen. Weiter geht's mit der Action. Wow. Ganz langsam, Bursche. Aha. Daneben. Komm her. Nicht schlecht. Toll. Wo ist der nächste? Schieß mal. Hm. Hallo. Hier bin ich. Scharfschütze. Hm. Okay. Da irgendwo war was. Obere Plattform. What the fuck? Ähm. Ah. Oh, geil. Ah, fuck. Oh, habt ihr gesehen? Das war ein Täuschungsversuch. Moment. Äh. Geil. Geil. Ey, das ist ja voll geil. Das ist ja Hammer. Äh, bleib stehen. Wups. So, mein Lieber. Jetzt gibt's mal ihr. Voll in die Fresse. Boah, der Kopf ist weg. Krass, ey. Also, ich hab selten so geil gesnipert, äh, oder snipern können, wie in diesem Spiel. Ähm. Da ist noch einer. Boom. Yeah, baby. So. Können wir weiter. Das war geil. Also, das Spiel steckt voller Überraschungen hier. Große, äh, Dino-Roboter und Sniper, wo man die Kugel steuern kann. Und, geil, ey. Ehrlich geil. Nicht schlecht. So, Munition. Danke an Burner HD, der mir gesagt hat, dass es Munition ist in der Kiste. Hier ist die Befehlshabende. Werde überrannt. Habe keine Munition mehr. Der letzte Bericht ist stundenher. Bestätigen Sie. Ich nehme sonst an, dass ich nur noch übrig bin. Wie Sie in die Finger kriegen, ist es aus. Ja, wir müssen uns beeilen. Richtig. Beeilen wir uns lieber. So, ähm, was ist, äh, was ist das hier? Ein Boot. Und wieder mal ein paar abgeschlachtete. Ähm, Leute. Und eine Versorgungskapsel. Gut, ähm, Sniper. Erstmal freischalten. Ähm, ein bisschen upgraden von der Munition. Ein bisschen Munition sammeln. Und dann, ja. Ähm, da brauchen wir noch Munition. Ja, das war's. So, das reicht. Das reicht mir schon. Creeps Turf. Ja, ja. Die sind halt auch witzig. Ach, du Scheiße. Die Dreckssäcke verdienen es ja. Aber trotzdem. Ja, ja. Was haben sie mit dem gemacht hier? Na, ja. Sehr, sehr, sehr interessant. Ja, interessant. Doch. Oh. Was ist denn das da? Wow, wow, wow. Ey, chill mal. Wow, wow. Scharfschützen. Scharfschützen klingt gut. Denn Scharfschützen. Die schießt man hier schön. Ah, fuck. Das hatte ich mir schon fast gedacht. Ah, kacke. Ich, ich, ich voll, ich vollbauer. Ich, ich, deb. Ah, ich. Oh Gott, nein, warte, Moment. Moment, das muss ich jetzt erstmal kurz. Oh mein Gott. Das war eben überhaupt nicht gut. Ich muss mich kurz sammeln, bevor ich da wieder so feile. Moment. Und, hey, ganz ruhig, mein Lieber. Das sind doch alle Freunde. Nein, anscheinend. So. Bam. So, jetzt aber ein kleiner Penner. So, der nächste bitte. Ah, ich. Irgendwie, das ist so. Das funktioniert so schnell. Die Steuerung ist verdammt hektisch in der Krugelform. So, man muss wirklich ganz, ganz leicht die Maus bewegen, um da das gescheit zu machen. Ah, aber ganz präzise muss man die bewegen, ey. Boah. Alles sauber. Alles sauber. Gut. Kurz gefailt, aber dann hat es ja geklappt. Mann, Mann, Mann. Was ihr euch da antut. Um... Um...